Guten Abend allerseits, lasst uns mit dem Gebet öffnen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir ein weiteres Mal für diesen Sabbat und danke, dass wir in deine Gegenwart hineintreten können und hilf uns wahrzunehmen, Herr, dass wir tatsächlich in deine Gegenwart sind. Hilft uns, alles Reden und alles, was uns von dir ablenkt, wegzutun. Und alle Gedanken, die uns von dir ablenken würden. Und hilft uns, so wie wir es soeben gesungen haben, zu verstehen, dass wir den Bibel erhalten, das heilige Botschaft, der leuchtet. Es ist eine heilige Botschaft. Und du bist ein heiliger Gott. So erbarme dich, unsere Herr, und bitte habt Gnade, wo wir diese Dinge vergessen. Und bitte seid jetzt anwesend. Bitte tue das notwendige Furcht in unserem Herzen hinein. Und dass wir die schrecklichen Zeiten, in denen wir leben, wahrnehmen. Und dass wir sobald Entscheidungen treffen werden, die unser ewiges Schicksal bestimmen würden. So bitte hilf uns, aufmerksam jetzt zu sein. Und dass wir den Tadel, die von deinem Wort kommen wird, akzeptieren. Und wir bitten und beten diese Dinge, in Jesu Namen. Amen. Also ich weiß nicht, ob irgendwer von uns daran erinnert, was wir letzten Freitag zusammen studiert haben. Weiß das jemand noch? Höchst unwahrscheinlich, aber es war das Studium über Weizen und Unkraut. Und ich möchte dieses Thema ein weiteres Mal anpeilen, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Die Notizen kommen jetzt in den Livestream-Gruppen zu uns. Wenn wir die Linien betrachten. Das hier unten ist dieser finale Fraktal. Und heute Morgen während der Sabbatschule haben wir eine Wiederholung über all das, was wir über den vorherigen Tagen gelernt haben. Und wir haben gesehen, dass das hier eine Zeit der Erschütterung ist, der stattfindet. Okay. Und wir können sehen, es ist parallel mit was? 2014, right? 2014, richtig? Okay. So, in 2014 was a temple cleansing. Und 2014 war ein Tempelreinigung. Okay. So, what happened here? So, was geschah hier? Yes, there was a separation, but why? Es gab eine Trennung, aber worüber oder warum? Also, Scott sagt Lehre, ist das richtig? So, es ist immer über Lehre, weil die Erschütterung kommt durch diejenigen, die die Lehre ablegen. Okay, I mean, I don't have a problem with that. Also, damit habe ich kein Problem. But I think the reason why people reject doctrine is mostly something different. Aber ich glaube, der Grund, weshalb Menschen Lehre ablehnen, ist, weil irgendetwas in ihrem Herzen abgeht. Und in den letzten Zeiten haben wir diesen Vers etwas häufig angeschaut. Aber lasst uns daran erinnern. Let's go to 1 John, chapter 2. 1 John 2. Let's read verse 9 and 10. Vers 9 and 10. 1 John 2. Kapitel 5, verse 9 and 10. Okay. It says, He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light and there is none occasion of stumbling in him. And also verse 11. But he that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Vers 11. So, 2014. Why did people leave the light? So, 2014. Warum haben Menschen das Licht verlassen? Hated their brothers. Yes. They hated their brothers. Weil sie ihren Geschwistern gehasst haben. So, if you just hate one brother or one sister, you will leave. Also, wenn du nur einen Bruder oder eine Schwester hast, dann wirst du gehen. So, it's always the same thing, because it's a promise that if you love your brother, you will abide in the light. Es ist eine Verheißung, denn es sagt, wenn du deinen Bruder liebst, dann wirst du in das Licht bleiben. But if you hate your brother, you are already in darkness. Aber wenn du deinen Bruder hast, dann wirst du bereits in Dunkelheit. So, therefore, these temple cleansings is just a point where the Lord now sends light and makes manifest what is in your heart. So, diese Tempelreinigungen ist nur ein Punkt, wo der Herr Licht sendet und manifestiert, was bereits in deinem Herz ist. Er wird manifestieren, ob du in das Licht bleibst oder ob du bereits in Dunkelheit bist. Because you hated your brother. Weil du deinen Bruder hast. So, therefore, whenever people leave the message and fall away, it's always the same reason. So, wenn immer Menschen die Botschaft verlassen und wegfallen, ist es immer dasselbe Grund. And they harbored something in their heart and they didn't get rid of it. Die haben irgendetwas im Herzen gehegt und haben es nicht entfernt. And I think nobody of us can say honestly that this topic hasn't been brought up many, many times and the Lord hasn't told you many, many times, get rid of this. Und keiner von uns kann sagen, dass dieses Thema ist nicht öfters unter uns gewesen. Und dass der Herr gesagt hat, dass wir das entfernen müssen. I know that we spoke many times and showed it from God's Word that whenever you feel any evil or bitterness or unforgiveness or whatever in your heart, you must get rid of it. Wir haben öfters gezeigt in Bibel, wenn du Bitterkeit oder Hass im Herzen hast, dann du musst es entfernen. Weil die Zeit wird kommen, wo du hinausgesichtet wirst. Okay, so, and therefore basically, this will be now the time where if you don't get rid of it, you will be shaken out. Und das hier ist die Zeit, wenn du das nicht entfernst, dann wirst du ausgesichtet. So, you can be sure about it. Und da kannst du sicher drüber sagen. Okay, so, and therefore this topic is very important. Und deswegen, diese Thema ist ein sehr wichtiges. And when we looked at, I mean, we made a recap today in the Sabah School, right? Also, in den Sabah School haben wir eine Wiederholung gemacht. About these 10 days in the upper room. Und diese 10 Tage im Ober gemacht. And we showed that this is a parallel to, in the fractal to these 10 days. Und wir haben gezeigt, dass das in den Fraktal eine Parallel ist zu diesen 10 Tagen hier. Okay, so, therefore basically, what goes on here in principle is also illustrated here. Dementsprechend, was hier abgeht, im Prinzip, findet auch hier statt. Okay, so now let's go to Matthew 13. So, lasst uns jetzt zu Matthäus 13 gehen. Also das Gleichnis von Weizen und Unkraut. Let's read verse 24 to 27. Und die Verse 24 bis 27 lesen. So, noch bevor wir weiterlesen als Vers 24. Was vergleicht die Bibel hier, oder was vergleicht Ellen White mit dem Gleichnis der Weizen und Unkraut? Arbol, Sord. Das Gleichnis von Semen. Okay, maybe. Konsequenzen, das ist Arbol, St. 14, nun sehr weichern, Arbol, Sord. Okay. Okay. Okay, but what are they? Yes, the parable of the 10 virgins, right? Also der Reichen ist von 10 Jungfrauen. The wheat and the tares are the wise and the foolish virgins. Das ist Weizen und Unkraut, das sind auch die klugen und törigen Jungfrauen. Okay. And where on our line do we have marked that the virgins manifest their character? Und wo auf unserer Linie markieren wir, wo die Jungfrauen ihre Charakter manifestieren? The Midnight Cry, right? An der Mittelnachschuf. So, basically, the manifestation of character goes forth beginning at the Midnight Cry, right? Also die Manifestation der Charakter fängt am Metternachschuf an. So, therefore, the same principle applies in this little thing here, okay? Deswegen denselben Prinzip ist hier in diesem kleinen Abschnitt anzuwenden. Okay, so you, at the end of this first box now, you will manifest your character here, right? So, am Ende von diesen ersten Kasten hier wirst du deine Charakter manifestieren. Okay. Und in der Gleichnis von Weizen und Unkraut, diese Darstellung von Charakter wird so beschrieben. Let's continue. Wir lesen weiter. Let's follow uns weiter. But while man slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So, the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field, from whence then have it tares? Okay, so, here it begins when the tares spring up, right? So, hier, es fängt an, als den Unkraut kommt auf. Okay. And also the fruit is seen in the bud. Und auch die, ähm, das Frucht wird in der Knospe gesehen. Okay, so, it's these three steps, the first the blade, then the ear, then the full corn in the ears, right? So, diese drei Schritte, erst der Halm, dann der Ehre und dann das volle, reife Korn in der Ehre. The Midnight Cry is a parallel in the fractal to 2016, right? Und der Mitternachsruf in der Fractal ist parallel mit 2016. Did we see in 2016 the parable of the wheat and tares being agitated? Also, in 2016 haben wir gesehen, dass das Gleichnis von Weizen und Unkraut agiert, ähm, aufkam, aufgewühlt würde. In the sense that there were servants saying, we know who's wheat and we know who's tares. In dem Sinne, dass es einige gab, die gesagt haben, wir wissen, wer ein Unkraut ist und wir wissen, wer ein Weizen ist. Yes, right? Das gab es wohl. Especially Brother Paminda was the main leader in this point. Besonders Brüder Paminda, der war der Hauptführer in diesem Punkt. And what did it cause? Und was hat es verursacht? A Shaking, right? A Separation. Eine Sichtung, eine Schüttelung, eine Trennung. So, yeah. But this is also this. Aber dies hier ist auch dies hier. So we can expect therefore that the same spirit will manifest here. Wir können erwarten, dass dasselbe Geist sich hierin manifestieren wird. So, people will get disaffected. Okay. Also, I'm not sure how to say disaffected. They start looking at their brethren. Unzufrieden. Okay. Menschen werden unzufrieden, die werden anfangen unzufrieden werden. Sein. They start looking at their brethren and start getting offended. Also, die fingen an, ihre Geschwister anzuschauen. Die nehmen Anstoß und sie klagen sie an. Das hier markiert auch der Untersuchungsgericht an den Lebendigen. Und wer hat wem hier angeklagt? Und der Investigative Judgment of the Living. Ja, Satan accuses Joshua. Also, Satan hat den Joshua angeklagt. But what does Sister White say? Is Satan there standing in person and accusing? Through his agents. Through his agents. Aber was sagt Ellen White? Ist Satan da persönlich, da mit Joshua an Anklagen? Nein. Er ist da durch seinen Agenten. Und es sind diejenigen, die von der Wahrheit abfallen, die den härtesten oder schlimmsten Gegnern sein würden. Eine von den Argumenten, die sie benutzen, sprechen über all diejenigen, die falsch sind. Wir alle können nicht falsch sein. Es gab viele falsche Zeugen, die kamen hinein. Okay. Und wir haben heute Morgen auch diese verschiedenen 40 hier angeschaut. Zum Beispiel, du hast auch diese 40 Tage, während die Spione das Land gekündigt haben. Und was geschah dann? Es gab eine Rebellion, der stattfand. So, hier, dementsprechend, wird auch eine Rebellion sein. Which is then? Was denn hier ist. Okay. Und all diese Rebellionen, worüber handelt es sich? Yes, it's always striving for the mastery, right? Also, diese Rebellion ist es immer ein Streben, der Erste oder der Höchste zu sein. It always goes back to which rebellion? Und es führt zurück zu welcher Rebellion? Yes, the first one in heaven. Der erste Rebellion, die im Himmel stattfindet. So, let's go to the notes and we will read about this rebellion. So, lasst uns jetzt zu unseren Notizen wenden und wir werden über diese Ur-Rebellion lesen. Also, wir müssen diese Dinge wohl bewusst im Gedanken behalten. Denn wenn Satan kommt und versucht, gerade dieses Gedankengut in unserem Verstand zu bringen, und wenn er versucht, Unzufriedenheit und Streit und all diese Dinge in unseren Verstand hineinzulegen, dann kannst du sicher wissen, wessen Stimme das ist. Okay, so, let's go now to the heading Lucifer, the first disaffected one. So, wir gehen jetzt zum zweiten Zitat unter den Schrift Lucifer, der Erste Unzufriedene. Okay, let us read the first paragraph. Und der erste Absatz lesen. Und Bromad, wenn du das was bist? Leaving his place in the immediate presence of the Father, Lucifer went forth to diffuse the spirit of discontent among the angels. He worked with mysterious secrecy and for a time concealed his real purpose under an appearance of reverence for God. He began to insinuate doubts concerning the laws that governed heavenly beings, intimating that though laws might be necessary for the inhabitants of the world, angels, being more exalted, need no such restraint, for their own wisdom was a sufficient guide. They were not beings that could bring dishonor to God. All their thoughts were holy. It was no more possible for them than for God himself to err. The exaltation of the Son of God as equal with the Father was represented as an injustice to Lucifer. Who it was claimed was also entitled to reverence and honor. If this Prince of Angels could but attain to his true exalted position, great good would accrue to the entire host of heaven. For it was his object to secure freedom for all. But now even the liberty which they had hitherto enjoyed was at an end. For an absolute drool had been appointed them, and to his authority all must pay homage. Such were the subtle deceptions that through the wiles of Lucifer were fast obtaining in the heavenly court. Yes, okay. Yes, okay. Okay, so it's a rebellion against whom? Also, es ist eine Rebellion gegen wen? Like when you put it in a general term? Also, wenn du es in einen allgemeinen Ausdrucksform bringst. Yes, God's law. Also, Gottes Gesetz. And what else? Christ. Yes, okay. Also, Christus, God's Gesetz. And what else? Was noch? What did Lucifer try to overthrow? Was versuchte Lucifer zum Sturzen zu bringen? Yes, right, the government of God. Also, die Regierung oder die Regentschaft Gottes. It's always the same. It's immer dasselbe. People get disaffected and try to overthrow the government. Also, die Menschen werden unzufrieden und versuchen, die Regierung zu Sturzen zu bringen. Same in extern, right? Es ist dasselbe externe. The south rises up against the north and tries to overthrow the kings and the papacy. Das Süden kommt gegen das Norden auf und versucht, die Könige und das Papst zum Sturzen zu bringen. Externally, I mean, the rulers are truly wicked. Also, extern, die Leidenschaft, die sind wahrlich böse. Sie sind unter der Füße. Yes. But internally, among God's true people, the rulership is righteous. Aber intern, unter Gottes wahre Volk, also die Leidenschaft ist gerecht. Okay, unless the rulership also apostatizes. Es sei denn, dass die Leidenschaft auch abfällt. But then they are not truly God's people anymore. Aber dann sind sie nicht wirklich Gottes Volk. Sorry, once but that. Yeah, when the leadership apostatizes. It almost sounds like you're saying the leadership is holy. I know you're not saying that, but that's how it's coming across. You're saying, everybody, the leadership is righteous. Of God's true people, God has always a true people. Also, God hat immer ein wahres Volk. And he always has a leadership over his true people. Und er hat immer eine Leidenschaft über sein wahres Volk. Yes. And this leadership is led of God, right? Otherwise, his people would be scattered. Und diese Leidenschaft ist von Gott geführt. Ansonsten wird Gottes Volk zerstreut sein. And that doesn't mean that the individuals are holy. Und das heißt nicht, dass die Individuen sind jetzt heilig. But it means that they are appointed of God and that God is leading them. Aber es heißt, dass die von Gott bestimmt sind und Gott führt sie. Okay, amen. So, 2014. Also, 2014. What did take place? Was fand statt? Yeah, it was... The majority of the movement suddenly rose up. Also, die Mehrheit der Bewegung sind aufgekommen. And they basically tried to overthrow the leading ministry. Und die haben versucht, der leitende Ministry zum Sturz zu bringen. Also, Jeff war nicht heilig. Aber er war dennoch Gottes bestimmter Agent damals. Okay. So, this same sentiments will repeat. Also, dieses selbe Neigungen oder Gedankengut wird sich wiederholen. Okay. In 2016. In 2016. Ja. Jeff, for instance, he was already gone into darkness. Okay. Also, Jeff war bereits in Dunkelheit gegangen. So, he was not God's appointed agency anymore. Also, der war nicht mehr Gottes bestimmter Leiter. I mean, I believe that had he accepted the truth, he would have done. But I was rejected. Ich glaube, wenn er hier die Wahrheit angenommen hätte, dann wäre er weiterhin Gottes Mann für die Stunde gewesen. Also, der Herr wirkt immer dasselbe. Wenn jemand abgefallen ist, er kommt immer mit einer Gnadenbotschaft, um dir zu helfen, dass du das siehst. Yes. Also, Gott ist nichts wie uns. Ach, du hast einen Fehler gemacht, also zur Seite mit dir. Sondern er hat viel Gnade, viel Erbarmen. But the point is, there's a difference. Okay. Aber der Punkt hier ist, es gibt einen Unterschied. In a sense, here the rebels. In dem Sinne, dass hier die, die rebelliert haben. They wanted to not save Jeff, but they wanted to overthrow him. Also, die wollten Jeff nicht retten, die wollten ihn zum Stürzen bringen. Okay. But here, Jeff was now in a situation where he needed help. Aber hier, Jeff war in einer Position, wo er wohl Hilfe brauchte. And we as a ministry, we didn't come as disaffected ones. Und wir als ein ministry, wir sind nicht zu ihm gekommen als Unzufriedene. But we tried to not to criticize him, but to show him the wonderful truth that we found out. Aber wir sind nicht zu ihm gekommen, um Kritik zu bringen ihm gegenüber, sondern um ihm mitzuteilen die wunderbaren Wahrheiten, die wir gefunden haben. And we didn't have any evil intentions whatsoever against him. And we tried, and we still regarded him as God's appointed messenger back then. Also, wir hatten keine böse Absichten oder Gedanken gegen ihn, überhaupt nicht. Also, wir haben ihn immer noch als Gottesbestimmtes Agent für diese Zeit anerkannt. Wir waren immer noch bereit, sein Untertanen in dem Sinne zu sein. And to work together with him. Und mit ihm zusammenzuarbeiten. But here, those rebels, they were full of disaffection, critic, and they were murmuring, complaining, already the years before. Aber diese Rebellion hier, die waren unzufrieden, die waren voller Kritik, und die haben gemürt und geklagt, und sogar die Jahre davor. And this was just the time when it was manifested. Und dies war nur der Punkt in der Zeit, wo es manifest geworden ist. Und insbesondere, wenn du die Rebellion von Korah, Dathan und Abiram anschaust, wo fängt das alles an? Wo war der Ursprung von dieser Rebellion? Also, wenn wir mit Lucifer anschauen, wie ist er mit den anderen Engeln umgegangen? So, er hat das heimlich getan. Und er ging zu all den anderen Engeln und versucht, diesen Diskontent zu verhindern. Er ist zu all den anderen Engeln gegangen, und er versuchte, als einen unsichtbaren Geruch unter den anderen Engeln zu verbreiten. So, in diesem Sinne, er ist nicht direkt zu Christus gesagt und sagt, Jesus, Mann, das und das tust du falsch. Aber er ist zum anderen Engeln gegangen und hat hier geflustert und da geflustert, dies und jenes. Und er hat all diese böse Samen in den Herzen von seinen Geschwistern gesät. Und es war dasselbe mit Korah, Dathan und Abiram. Und es war dasselbe hier in 2014. Es gab Menschen, die einige Zeit lang unzufrieden waren mit Jeff. Ich verstehe ihn nicht. Und er ist dies und er ist jenes. Und ja, wahrlich, Jeff auf jeden Fall hatte einen defekten Charakter. Aber sie haben das Balken im eigenen Auge nicht gesehen. Und durch ihre Unzufriedenheit, die haben dieses Unzufriedenheit untereinander verbreitet. Und es ist böse, liebe Geschwister. Und jeder, der das tut, muss Buße tun. Weil hier ist der Sichtung, liebe Geschwister. Und wenn du Unzufriedenheit hast und Rebellion, sage ich einfach mal, in deinem Herzen hast, dann wirst du es hier manifestieren. Und deswegen, dieses Thema ist so wichtig, dass jeder persönlich darüber nachdenken muss. Und insbesondere jetzt, wo wir auf die öffentliche Bühne treten, da wir eine Vorhersage gegeben haben. Wir werden mehr und mehr unter die Lupe genommen. Und es werden externe Menschen, die uns kritisieren und uns kritisieren und all solche Dinge. Aber das Schlimmste ist, wenn es von unter uns kommen wird. Wenn Menschen fangen an, dich zu beschuldigen, anstelle von dir zu helfen. Denn was ist mit Joshua? Was sagt Ellen White? Die haben diese schmutzige Gewänder an ihm geworfen. Es sagt, dass er hat Buße über all seine vergangenen Vergehen getan. Und er war sehr fehlerhaft. Und jeder einzelne von uns hier ist voller Fehlern. Aber diese Diener, wenn sie hier heraufkommen, die denken, dass die unterscheiden kann, wer Weizen und wer Unkraut ist. Und Ellen White sagt, die haben einen richtenden Charakter. Die richten andere Charaktere. Und das ist der Geist, über den wir bewusst sein müssen in unserem eigenen Leben. Okay, so, let us just continue with the quote here. So, lasst uns weiter mit den Zitaten lesen. Und Marius, du willst du mit den nächsten Satz, bitte? Es ist Pervin. Nichts, don't accept. There have been. Yes. There have been no change in the position of our authority of Christ. Luther's envy and misrepresentation in his claims to eat out with Christ have made necessary a statement of the true position of the Son of God. But this has been the same from the beginning. Many of the angels were, however, blinded by lucivary perceptions. Okay, Dr. Raymond, please. Taking advantage of the loving, the loyal trust was formed. Proposed. Proposed in him by the holy deans under his dominion. He had so artfully instilled into their mind his only trust in this content that his agency was yours for discernment. Lusiva had presented the purpose of God in the false life. Mr. Stratt was tuning in this, he was working them to excite, descend, and visit attention. He, cunningly to his heroes, to him, he was on to give utterance to their feelings. Then these expressions were repeated by him when it was served perfectly. As evidence that the angels were not fully in harmony with the government of God, by claiming for themselves serving loyalty to God, he wished that changes in the order and the law of heaven were necessary for the stability of the divine government. Thus, by working to excite opposition to the law of God, and to instill his own miscontent into the mind of the angels under him, he was ostensibly seeking to remove this, set it to inspection and to reconciled this affected leaders to the order of heaven, by secretly commanding this court and rebellion to the world with continued crime, forced him to appear as a sole purpose to promote loyalty and to preserve harmony and peace. Nice. Nice. Okay. So, it's basically, he promotes peace. Also, er... He promotes peace. Promote. He wanted to promote loyalty and to preserve harmony and peace. He was a good German for promote peace. Er wollte Frieden befördern. Er wollte Frieden befördern. And preserve harmony and peace in heaven. Und den Harmonie und den Frieden in den Himmel bewahren. That's at least what he said. Das ist zumindest, was er sagte. So, you can basically deceive yourself. Also, du kannst dich selbst täuschen. When you think, when you are disaffected, and then you think, I want to just do something good, I want to, you know, bring about good changes. Also, du kannst dich selbst täuschen, wenn du unzufrieden bist und du denkst, du willst nur Gutes tun, indem dass du Veränderungen herbeibringst. Und es mag sein, dass es wirklich Sachen gibt, die Veränderungen benötigen. Aber es ist immer der Art, wie man das anpackt. When you do it in the wrong way, can it be good motives, but it will lead eventually to a rebellion. Also, du kannst das gute Sachen haben, aber wenn du es auf der falschen Art machst, dann kann es zu Rebellion führen. Also, wenn du Unzufriedenheit mit anderen teilst, dann schaffst du einen Raum, wo letztendlich Rebellion wächst. Okay, that's for instance here in the next paragraph, mentioned. And in der nächste Absatz ist das Gnodischen Ding erwähnt. Okay, Daniel, will you read this? In great mercy of the spirit of this satisfaction. The spirit of this satisfaction thus can be lost during its faithful words. While there was no open outrage, the vision of him intercepted the fleet grew up among the angels. There were some who looked to favor and use this insinuation against the government of God. Although they had therefore beautiful beings in perfect harmony with the order which God had established, they were now in discontentive and unhappiness force. They could not penetrate this unsurgeable counsel. They were dissatisfied with the spiritless and exalted price. He stood ready to set the juice first demand for equal authority with the Son of God. But angels, who allow and true to maintain the wisdom, justice of the divine, free and devoured truth, reconciled this disaffected being to the world of God. Can I stop here for a moment? So, what is this outcome? When you listen to these disaffections... Also, was ist der Ausgang, wenn du zu dieser Unzufriedenheit ein Ohr verschenkst? What will you do? Was wirst du tun? Du wirst auch unzufrieden. It says you... These stood ready to second Lucifer's demand for equal authority with the Son of God. Right? Also, die stehen bereit, Satan zuzustimmen für die Notwendigkeit für Veränderung. So, in this sense... This is what speaks about this influence of mind upon mind. Also, Alan White spricht hier über den Einfluss von einem Manns Verstand über die des anderen. Also, wenn du diese Gedanken nicht sofort wegwerfst, dann bleibt es in deinem Verstand und es wird auf einmal zu deiner eigenen Meinung werden. And then, this is how this disaffection grows. Und so kommt diese Unzufriedenheit auf. I experienced this in my own life. Ich habe das persönlich erfahren. And people tell me things about other brothers and sisters. Wenn jemand mir was sagt über einen anderen Bruder oder Schwester. And it's a disaffection. Und es ist eine Unzufriedenheit. And I listen to it. Und ich höre darauf. It does something with me. Es verändert mich. And I suddenly see this brother or sister in a different light. Plötzlich schaue ich diese Brüder oder diese Schwester in anderen Licht an. And suddenly I have a feeling of something against this person that wasn't there before. Und plötzlich kommt ein Gefühl auf gegen diese Person, die davor nicht da war. Und es sei denn, dass ich zu Gott gehe und bete, dass er diesen bösen Same von meinem Herz entferne, Dann wird es gährend in meinem Verstand. Okay. It's dangerous, brothers and sisters. Es ist gefährlich, liebe Geschwister. And so we must never listen to these evil accusations. Also wir müssen niemals diese böse Anklagen hören. Aber wir müssen sie taten. And we must go to God's Word and say, this is not according to God's Word. Wir müssen zu den Worten Gottes gehen und sagen, was du sagst, ist nicht gemäß Gottes Wort. Oder du wendest Matthäus 18 an. No, you break. When somebody else comes to you and tells Disaffection to you instead of going to the person. Wenn jemand zu dir kommt und teilt ihre Unzufriedenheit mit dir, dann die brechen das Regeln von Matthäus 18. You should just refer them to the Bible and say, you're breaking principle. Du musst sie nur zu den Bibeln wenden und sagen, du brechst Prinzip mit, das was du tust. And you know what's interesting, is that this story here is like a parallel to the Garten-Viden-Tests, because Garten-Viden-Tests are a text. Was interessant is, is that this story is parallel to the Garten-Viden-Tests, denn the Garten-Viden-Tests is also our test. And obviously, what I understand at least is, this test right here, by them being told that Christ was the Son of God, is like the Garten-Viden-Tests for them. The angels also have to be tested. Just like every single planet in the whole universe will test it, they are also tested. Die Engeln hier wurden auch getestet, als die gehört haben, dass Christus war der Sohn Gottes, dass er die Regentschaft hatte, es war genau dasselbe. Also die Engeln waren genauso getestet wie Adam und Eva und die ganzen Universen. Yes, exactly. It brought temptation. Es hat Versuchung überall, also die Möglichkeit für Versuchung überall gebracht. Also die Zeit ist ja fast um, aber ich möchte nur zusammenfassen. Lasst uns bis Seite 2 in den Notizen herabkommen. And at the end of the quote, it's actually I've missed out a space. Okay, we will read here SPM 207.4. Also, der Zitat Mitte von Seite 2, this is SPM 207.4. Es fängt an wie Christus declariert, Christus verkündigt. Christus declared, they went out from us, but they were not of us. Men of true Christian principles will take their places and will become faithful, trustworthy householders to advocate the word of God in its true bearings and in its simplicity. The Lord will work so that the disaffected ones will be separated from the true and loyal ones. Those who, like Cornelius, will fear God and glorify Him will take their places. The ranks will not be diminished. Those who are firm and true will close up the vacancies that are made by those who become offended and apostatized. Yes. Okay, so it tells us that whenever you cherish a feeling of disaffection here in this time of shaking. So, es sagt uns, wenn immer wir ein Gefühl von Unzufriedenheit in dieser Zeit der Sichtung in unserem Herzen aufbewahren, we will be cleansed out and be replaced by others. Wir werden hinausgereinigt und wir werden ersetzt durch anderen. Because it's in this time, it's a time, Sister White says, for instance, it's the First World War, right? Ellen White sagt zum Beispiel, das hier ist das Erste Weltkrieg. And what were they to do in the First World War? Und was sollten sie in den Ersten Weltkrieg tun? What does she say? Was sagt sie? In the First World War, what were they to do? In den Ersten Weltkrieg, was sollten sie tun? Were they to criticize each other and point out each other's faults? It brought them together. Yes. Sollten sie Kritik gegeneinander haben und einander dessen Fehlern aufweisen? No, it was where they were to press together. Nein, es war eine Zeit, wo sie zusammenrücken sollten. Okay, so this is actually a time where we are to press together. Das hier ist eine Zeit, wo wir zusammenrücken sollten. Where we are to be longsuffering with each other. Wo wir langmütig miteinander sein müssen. Where we have to be forbearing with each other. Wo wir einander ertragen müssen. It says that the persecution is what they keep that. That is what God will do this. Und sie sagt, es ist, wenn Verfolgung kam, das ist es, was dieses Zusammenrücken verursacht. So it's a time actually completely opposite to what the servants will do in this time. Okay? It's actually a time... Also das hier ist eine Zeit which is completely opposite to the work that the servants are doing. Also das ist in dieser Zeit, der Werk, die wir tun sollen, ist einer, der im genauen Gegengesetz von diesen Dienern ist. Of the servants of the parable. Also diese Dienern in das Gleichnis. Okay. So, therefore it's one group here that gets more and more disaffected and will start to murmur and complain and point out the errors of their brothers and sisters. Also es gibt eine Gruppe hier, die noch mehr und mehr unzufrieden wird und die fängen an, die Fehlern von ihren Brüdern und Schwestern aufzuweisen. Yeah. But the true ones, they will more and more press together here. Aber die wahren Geschwestern werden mehr und mehr zusammenrücken. And they will be more and more united in brotherly love. Und die werden mehr und mehr in Brüderliebe verbunden. Because they will receive the foot washing. Weil sie werden das Fußwaschung erhalten. And this will knit the hearts closely together. Und das wird dem Herzen näher zusammennähen. Okay. So, basically, therefore this, we must understand, this will be the two opposing works in here. Und wir müssen verstehen, das werden diese zwei entgegengesetzten Werken, die hier gleichzeitig stattfinden. And that's why we must each test our own thoughts. Und deswegen müssen wir jeder von uns selber unsere eigenen Gedanken prüfen. Do not spread any disaffection. But if you have a problem, go to this brother or this sister. Speak to this person in the lowliness and meekness of Christ as much as possible. Und nicht Unzufriedenheit mit einem Bruder oder einer Schwester verbreiten, sondern wenn du Unzufriedenheit hast, dann geh zu diesem Bruder und Schwester und sprech mit denen in dem Demut und den Sanfmut von Christi, soweit es möglich ist. Versuche nicht anzuklagen, sondern hilf diese Brüder oder den Schwester, deren Fehler zu sehen. Also die ganze Zeit in dem Wissen, dass du ein Balken im eigenen Ouge gleichseitig hast. Amen. Amen. Dann lasst uns mit unserem Gebet schon der Abschnitt. Und dann lasst uns mit unserem Gebet